Salut und Grüezi miteinander! Die erste Aufnahme mit meiner Sony Cam. Hammer! Und darum habe ich gefunden, ich habe ziemlich viele Sachen bei WISH bestellt und mittlerweile sind 5 Päckchen angekommen. Und ich möchte euch zeigen, was denn alles genau angekommen ist. Päckchen Nummer 1. Nein, es ist kein Eienbecher, sondern... Ich zeige es euch. Es hat schon einen gebrauchten... Umkehren wäre noch schöner. Nummer 1. Gut. Ich kann nicht klagen. Es erfüllt. Das nächste... Ich habe es super gut eingepackt. Ich muss euch sagen, ich habe die Päckchen schon vorher zumindest aufgeschnitten. Weil die Idee eigentlich gewesen wäre, das Zeug auspacken ist manchmal elend. Jetzt komme ich trotzdem nicht ganz darum herum. Das habe ich mir übrigens bestellt. Was jetzt hier zum Vorschein kommt. Ich möchte mir meine Füstensalbe, Brunkiesalbe selber machen. Weil ich finde, das hat einen psychologischen Effekt. Und nicht nur das, was einfach drin steckt, ist wichtig. Ein bisschen gesondert. Einfach etwas eincremen. Also das Fein schmeckt. Und darum habe ich mir bestellt. So Böckchen. Wo ich es dann abfüllen. So Böckchen. Auch alles von Wischt. Denken daran. Funktioniert. Jetzt ist auch schon gut. Super. Das nächste. Selbststudieren. Ah, Nagellack. Nagellack von Granny. Grenzi. Grenzi, Entschuldigung. Ja, der sieht aber schon noch cool aus. Der Rot-Perlmut-Metall-Look wird getestet auf den Nägeln. Auch gut. Heute läuft das ja wunderbar. Nächstes Mal. Ah. Für Maske aufs Gesicht klatschen habe ich mir so eine Schäle bestellt. Und eine Pinsel ist dabei. Ich nehme es aus einer sehr komischen Plastikverpackung raus. Ich nehme es an. Ja. Der Sepp ist recht billig verarbeitet. Und muss definitiv zuerst gewaschen werden. Ein Spatel. Braucht man wahrscheinlich eher weniger. Ein Löffel allerdings. Wahrscheinlich auch nicht häufig gebraucht. Jetzt kommt aber das Wichtigste. Der Pinsel. Der fühlt sich gut und angenehm an. Also. Nehmen wir das auch einen. Und das Letzte noch. Wo ich eigentlich fast am neugierigsten bin. Ich nehme es an einem kleinen Kleider den Tisch bestellen. Aber ich habe es wieder einmal gewackt. Und habe mir bestellt. Eines Jäckli. Jäckli vor oben. Jäckli. Wenn man so. So. Stoff. So sieht das Ganze aus. Ja. Jetzt schließe ich mal einfach rein. Ja. Hm. Seht man so halber. Ja. Ja. So. Der Stoff ist. Der Schnitt ist. Würde ich jetzt tendieren eher. Ich habe es probiert. So. Jetzt sitze ich ein bisschen weiter unten. Ich sehe mich gerade. Ich muss noch ein bisschen mit meiner Kamera und meinen Stellen und schneiden. Auf jeden Fall. Das waren meine fünf Wischpäcke. Und wenn es wieder fünf hat, sehen wir uns wieder. Und ich zeige es euch gerne wieder. Tschüss. Beim nächsten Mal. Tschüss. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR